Die Ursachen für Schuppenflechte sind insbesondere genetischer Art, also die Veranlagung, die der Betroffene in seinem Körper trägt. Und dann gibt es eben zwei Erkrankungsstartpunkte, zum einen so das 20. Lebensjahr, aber auch einen späteren Zeitpunkt das 50. Lebensjahr. Und die Schuppenflechte kann durch verschiedene Ereignisse, wie zum Beispiel eine starke Infektion, aber auch mal ein schlimmes Ereignis, eine Stresssituation ausgelöst werden oder dann einen neuen Schub hervorrufen. Bei uns in der Nordsee-Klinik gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir orientieren uns da natürlich anhand der Leitlinien. Es gibt sowohl die Lokaltherapie, also verschiedene Cremes und Salben, aber auch die UV-Therapie, das künstliche bzw. das natürliche Sonnenlicht und die Meerwasseranwendungen. Zudem haben wir die Zignulin-Minuten-Therapie, das ist der Wirkstoff Ditranol und da können wir unsere Patienten auch weiter mit behandeln. Natürlich leiten wir auch Systemtherapien ein, wenn der Hautbefund das vorgibt, also wenn die Hauterkrankung sehr schwer ist und führen die nötigen Voruntersuchungen durch. Eine andere Möglichkeit ist bei uns, dass wir auch noch von der Akutklinik Patienten in unsere Reha-Klinik schicken können und sie dort noch mal ein gesamtes ganzheitliches Heilkonzept bekommen. Das ist immer ein großes Thema, die Ernährungsumstellung. Wichtig bei der Schuppenflechte ist, dass wenn man Übergewicht hat, dass man das reduzieren soll. Die wissenschaftlichen Studien haben festgestellt, je mehr Fettzellen wir haben, desto mehr Entzündungszellen können hergestellt werden, die dann auch die Schuppenflechte am Laufen halten. Wichtig wäre also eine Gewichtsreduktion und ansonsten propagiert man immer eine gesunde und ausgewogene Ernährung, aber eine spezielle Schuppenflechte-Diät gibt es in diesem Sinne nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal.